Welche CID sollte ich nennen? Es ist egal, einfach einen. Okay, ich nehme mal hier so ein Ding. Ja, ich nehme auch mal so ein Ding. Achso, nur du konntest. Was kannst du damit machen? Ich weiß nicht, ich berühre es. Ich nehm einfach das nächste. Okay. Ich nehm das nächste. Ich hab's kaputt gemacht. Diese Dinge sind kaputt. Du gehst nicht. Du gehst nicht. Du bist wieder dran. Ne, doch nicht. Achso. Verteidige SID. SID ist dieses Mistding. Ja. Na, wo seid ihr? Da. Ja, und hier. Man könnte die natürlich auch... This is my time. Man könnte die natürlich auch die ganze Zeit freezen, ne? Und dann fallen die runter wie sonst was. Aber... Es wäre ja langweilig. Was ist hier los? Hast du Gegner? Woher kommen die Schüsse? Achso, hier von mir? Da sind ein paar. Guck mal. Haben wir den gleichen gefreezt? Es gibt ja nur den einen. Weißt du was? Ich nehm jetzt... Ich nehm Feuer. Wieso kann ich Feuer nicht auswählen? Nein, ich habe das Tracking-Device gefunden. Ich habe es bereits gefunden. Wollt ihr, was das soll? Ach, da war Feuer! Hey, so geil. Oh, hier unten ist einer. Das ist so... Also wirklich... Wenn es dafür irgendeine Mod gibt oder sowas, wäre ich stark dafür, dass wir uns anschauen, ob es da noch andere Beats für gibt. Auf jeden Fall. Lass mal eigene Beats hier einbauen. Wenn die das schon nicht selbst ins Spiel einbauen, dann lass mal da irgendwie... Eben, dann mache ich das mit dem Mund. Genau. Ne, bitte nicht. Ne, ich mache ja alles mit dem Mund. Oh, hell yeah. Na, wie war das, wenn man über eine Dolperstein-Straße fährt? Ich kann das nicht so gut. Was zur Hölle? Fick dich doch! Nie im Leben beschütze ich den noch 55 Minuten. So, das wird wohl die Quest für die nächsten vier Folgen. Ja. Aber irgendwie kommt hier niemand. Die ganzen kleinen Bilder hier. Was sind das für kleine Bilder, die hier ständig bei den Dingen gezeigt werden? Hast du da was erkennt? Naja, der lädt gerade die Matrix. Ja, ja, ja. Nee, aber mir war ja wichtig, was auf den Bildern zu sehen ist. Nee. Komm, wir bringen Sid weg. Was ist hier unten eigentlich los? Ach, unsere Homies. Guck mal, was da unten für eine Action ist, ey. Komm zurück! Halt, das ist da unten in Action. Krass ist hier unten. 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 Da sind sieben, acht Leute von uns. So ein Gewinnklatt mal. Feuer gibt es immer wieder. Feuer in den Anus gibt es nur nach Chili-Mumpfen. Denn es ist... Freitag! Heute ist Freitag! Yeah! Hast du gerade ein Kind bekommen? Ja, stimmt. Es klang gerade wie ein Kind. Nee, dafür hab ich nicht genug gegessen. Aber du siehst so ein bisschen danach aus, als wärst du hochschwanger. Aber jetzt kann ich die ganzen fetten Witze machen. Ja, es ist aber immer lustig, wenn das von dem Dicken kommt. Oh, geh! Die Waffe ist mega scheiße. Die verzieht irgendwie die ganze Zeit. Wo bist du denn? Nee, das ist voll... Die ist voll geil, die Waffe. Damit machst du die Typen total schnell tot. Damit machst du die Typen total schnell tot. Siehste, guck, das prallt nämlich immer ab und trifft die auch ständig. Ja, aber wenn ich zum Beispiel nach rechts gehe... Ach egal. Ich starte mal den Download. Was sind das für Bilder, ey? Auf jeden Fall immer die gleichen. Ja, das ist alles über die Saints, oder? Das eine ist Kinsey auf jeden Fall. Ja. Das andere ist der Vizepräsident. Oh, guck mal, wer uns da besucht. Oh, das ist der Vizepräsident. Oh! 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 was ist hier los? Wollt ihr hier mal ein oder ein oder was? Das war ja lustig. Haha. Hey. Hier liegt überall noch Geld rum, ne? Oh, gut. Oh, da kommt das Nächste. Oh, sehr gut, dass ich gegen Feuer geschützt bin. Was? Wer schießt? Mein Gott. Was? Nee, dafür gibt's auch andere Waffen. Die meinst du? Ja, genau die. Ich find ja die Alienwaffen ziemlich cool. Ja. Oh, was? Ich hab mich gehen lassen von der Situation, mitreißen das nicht. Ist kein Problem. Hab in sein Herz rausgerissen und werde es gleich essen mit Mayonnaise. mitreißen. Hm. Oh, nee. So, verteidige den Download. 300 Meter. Okay. Ich hänge im Treppenhaus fest. Nicht im Treppenhaus, an der Treppe. Anal? Analtreppe, ja. Analtreppen? Analtreppen. Doch, doch. Die begehe ich immer gern. Ihr werdet alle sterben. Oh ja! Colcheng, spürt die Macht des Fetts in eurem Gesicht. Gesichtsfett. Da ist noch einer irgendwo. Da ist eine. Ich tippe hier mal schnell was ein. Sag mal, das ist jetzt hier aber... Hier, guck mal, geh hier mal rüber. Geh hier mal über dieses irgendwas. Da backt das bei mir übelst rum. Ja, mir auch. Wupp, 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 wupp. Warte. Oh, ich hab die ja auch. Was hast du? Lauf mal weiter rüber. Oh, warte. Ah, schnell ist es. Es wird einfrieren. Es wird einfrieren. Nee. Schnell. Ah, nein, nein. Ich hab Feuer draufgeschaltet. Es geht los, es geht los, es geht los. Kannst du? Wuh. Wieso hab ich denn noch Feuer ausgewählt? Ich drück doch F1. Ach so, jetzt. Ah, jetzt seh ich's auch. Oh. Safe sit, Bludge. Was machst du denn hier? Oh, ich schieße einfach. Oh, wer ist das denn? Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich glaub, der wirft gerade Minen oder so. Was ist das für ein Typ, ey? Mach den mal kaputt. Oh, da ist noch einer. Aua. Der ist schon kaputt. Hinten, was ist das? Minen auf. Minenwerfer? Hier. Hier. Ich war es. Das kommt alles von mir. Ja. Willst du eine Mine? Hier. Eine Mine. Ähm. Was hast du? Alter, was hast du denn da? Ist das für das? Laserkanone. Ich weiß nicht. Von oben. Oben. Ich liebe diese Spiele. Jetzt ernsthaft, das ist super. Japp. Äh. Äh. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Äh. Du Arsch. Weil ich muss das eine oder andere still machen. Ich bin weg. Sterbt alle. Ich will was essen. und das ist voll anstrengend. Aber essen doch auch. Aber nicht, wenn man, äh, dann lohnt sich die Anstrengung. Warte mal, hast du die gleiche? Schieß mal bitte. Was? Ne, 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 äh, die hier. Ist das jetzt der Minenwerfer? Ne, die ist irgendwie weg jetzt gerade. Ich hab die irgendwie verbraucht oder sowas. Ne, sobald du, sobald du die liegen lässt oder sobald du eine andere Waffe ausrüstest. Ne, ich hab ja eigentlich keine andere Waffe ausgerüstet. Es war plötzlich automatisch die andere Waffe ausgelüstet. Ja, dann, dann, dann ist die leer. Ja, dann ist die leer, ja, dann ist die leer gelüstet. Gelüstet. Hast du eine Waffe gelüstet? Was hatten die denn? Ach so, nur die Homo-Schilder. Aber der Minenwerfer war auch mega lustig. Muss ich, muss ich, ja. Leer. Ich lauf drüber. Ah, 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 dabei bin ich doch dick genug. Oder funktionieren die nur bei Panzern? Sieht aus, als ob ich ganz drin kacken müsste. Oh, shit. Oh, shit. Sit! Gut. Weiß wo, weiß... Ne, alles gut. Das Hauptschuss ist irgendwie nur gerade abgestürzt. Sit! Da ist noch ein roter Punkt. Hä? Sit! Sit! Ah! Ich weiß, der war voll schlecht. Oh Mann, ich will auch so ein Minenwerfergerät. Schusswerfer. Es sieht schön aus, was wir hier für anstrengen. Halt! Mal! Kann man eigentlich auch... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das Sid? Der ist fast auf mir gelandet! Au! Töte den Wächter! Au! Alter! Der geht ja mal richtig ab! Ja, der hat aber auch schon ganz schön viel abgezogen. Ja klar, weil wir krasse Mother Fs sind. Aber der löst die Minen irgendwie auch nicht... Achso, sie gibt ja keine mehr. Nix kann er. Nix kann er, du mega Grünspaten, ey. So, jetzt machen wir dich mal kaputt! Ich hau ihn gerade mal kaputt! Äh... Oh! Oh! Ich fühle mich so! D... D... Es lebt noch! Es lebt noch! Ich sag doch, dass aus meinem Arsch ein neues Leben entsteht, mein Freund. Ich find's ja... Kann man eigentlich... Ich fühle mich so, dass es auf dem Feuer ist! Telekinese? Ah! Willkommen zu sein, dass Dinge mit Ihrer Meinung zu移ern. Oh mein Gott, das ist das beste Spiel auf der ganzen Welt! Was? Ich kann Sachen mit meinen... Hier! Oh! Oh! Äh... Nix? Nochmal... Mach nochmal Kuh! Komm hier, Spiel! Warte! So, siehst du mich? Ja, ich seh dich! Ich... Ich werfe weit in die Luft! So! Kriegst du ihn! Oh! 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 Ne! Doch, komm schon! Er ist tot! Er ist tot! Oh! Guck mal! Hier der aber nicht! Ich hab noch einen! Ja! Da ist er! Ja! Oh! 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 In der Luft gefangen! Oh! Fuck! Ist das so hoch! Warte, ich hab noch einen! Ah! Ne! Warte! Oder hol du mal einen Spielball! Jo! Oh! Oh! Grad noch so vom... Auf der... Warte! So! Ja! Pau! Zu hoch! Ich glaub, der ist tot! Ich hab ihn! Warte, warte, warte! Ja! Und? Und? Hab ich ihn? Nein! Flatsch! Flatsch! Okay, du hast... Du hast... Du hast einen Punkt! Du hast einen Punkt! Warte, ich hol dir eine Flasche! Okay! Oh, shit! Du hast noch nicht fertig! Aua! Das ist Glas... Oh, guck mal! Jetzt... Oh mein Gott! Jetzt können wir mit dem Ball spielen! Jawoll! Ja, warte! Was kam denn da gerade angeflogen? Die Flasche! Hui! Hab ihn! Hab ihn! Oh, krass! Er kommt! Oh, oh, oh! Nein! Oh nein! Jetzt ist er in der Luft explodiert! Da kommt noch was runter! Ja! Aaaaaaah! Ich krieg's! Man kann's nicht fangen! Was? Oh, guck mal! Ach so! Au! Das ist mega fett! Hauen wir den einfach mal mit... Das ist so gut! Das ist so unglaublich gut! Ich werd jetzt nur noch Leute mit Autos bewerfen! Au! Wo ist er denn? Da! Ich werd jetzt Leute... Oh! Nur noch mit Autos bewerfen! Ja! Durchgängig! Ich werd nichts anderes mehr machen in diesem ganzen Spiel! Selbst wenn wir questen! Auch ohne Auto! Aua! Entschuldige! Aber du bist auch eine Leute! Das ist einfach zu geil! Aber es dauert mir ein bisschen lang! Oh! Ähm... Ähm... Die Power der Musik! Aaaaaaah! Welche Innenstadt-Waffe-Chörschläger-Gewehr... Kennen wir! Das ist einfach zu schön! Aaaaaah! Aaaaaah! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Untertitelung. BR 2018